Bitte lass mich Killer sein, ich will Killer sein! JA! Let's get ready to rumble! Ah! Ah! Boah, da geht mein Herz immer hoch, Alter, jedes Mal! So, wir sind jetzt hier, ne, bei Electrical und tun erstmal nichts, wir tun erstmal gar nichts. Äh, ja, hallo, äh, also erstens, da bin ich wieder, ich war gerade auf Soilette. Äh, also erstens, da bin ich wieder, ich war gerade auf Soilette. Achso, na dann. Alter, ich bin da aufgeregt wie sonst was. Nilo war auch eher rechts, Mabo war auch eher rechts, und damit bleibt Aquarius open. Ich war auch rechts. Moment, Moment, was ist mit Tim? Das könnte auch Self-Report sein. Das true, das weiß ich auch nicht. Tim oder Aquarius? Jungs, ich frag euch nach der Runde. Ja, ich würde sagen, wir skippen uns Sass auf Aquarius und Tim, oder? Ja, will ich auch sagen? Also, ich, ich bin über, ich, ich will jetzt auch mal was sagen. Hallo, still, Ruhe, Ruhe, Ruhe! Also, ich bin über Upper Engine, also nach links gelaufen. Ja? Matt Bay ist ja da unterhalb. Da habt ihr gesagt, habt ihr ihn gefunden. Ja, da hab ich ihn gefunden. Okay, gut. Na, ich bin da auf Upper Engine gelaufen. Wallace habe ich jetzt nicht gesehen. Dann bin ich runter zu Lower Engine und dann auf Electrical. Da hab ich meinen ersten Task gerade gemacht. Ja gut, von Electrical gibt es einen Vent nach Matt Bay rein, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenn die, die ganzen Dinger nicht. Ich find... Ich find... Ich find Aqua noch nicht so richtig Sass, muss ich sagen, also... WTF? Aquarius, willst du irgendwas sagen? Ich bin gerade von Cafeteria, wo alle noch standen, wollte ich jetzt auch in Admin reinlaufen. Wir wollten jetzt alle da rein? Also, ich hab jetzt so ziemlich alle gesehen vor mir. Ich war gerade dabei. Ja, und wo lag denn... Wo lag denn... Wo lag denn... In Admin lag gleich. Ich hab sie auch gesehen. Also, ich... Ich erzähle mal meine Geschichte. Also... Äh... Also erstens, dann bin ich wieder. Ich war gerade auf Toilette. Ich und Cytec waren oben bei Milo und haben ihn halt beschwitten. Dann habe ich gesehen, wie Cytec runtergelaufen ist. Und dann kam mir Aquarius entgegen und hab dort die Leiche gesehen. Oh, mein Herz! Also... Ja... Es kann... Äh... Ja... Es kann sein können, dass Aquarius gerade von Star Wars hochgelaufen ist und jemand gerade in dem Moment gewendet ist und der halt die Leiche nicht gesehen hat und vorbei gelaufen ist. Also ich bin von Cafeteria gekommen und dann waren plötzlich alle da. Aber ich habe jetzt auch die Leiche noch gar nicht gesehen gehabt. Und dann kam der Report von dir. Ja... Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hahahaha. Dann hat er mich nicht gesehen. Alte! Äh... In security. Oh, Mabu hat es erwischt. ich bin mir aber auch nicht genau sicher aber ich glaube ich habe vor maro dorthin gelaufen ist glaube ich noch aquarius dorthin laufen sehen ich weiß es aber nicht genau ich habe es nur gesehen oben weil lower engine ist ja genau unterhalb von reactor und security da habe ich dich von links nach rechts laufen sehen und da lag wahrscheinlich der mago dann oder weil oder hast du einen reaktor gesehen er war in security ich habe dich dann halt gesehen als du im korridor warst aber ja mehr kann ich jetzt dazu leider auch nicht sagen wenn es jetzt in der genauen sekunde passiert ist dann wäre meiner sicht wenn lower engine kein band ist es gibt auch ich weiß es nicht damit ich weiß nicht ob ich ertrag aquarius vertrauen soll oder nicht also erstens da bin ich wieder ich war gerade auf meine herz tanzt das geforce schweiße also was ich 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 und der Aquarius kann mir gerade empfehlen. Also ich bin in Electrical Sprachenlernen Bubble Electrical dann gegangen. Ja. 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 Und von wo bist du gekommen? Ich bin von Lower Bubble Engine heißt das glaube ich, ja. Reactor Lower Engine da oben. Da ist, ja. Aber ich habe jetzt da die Leiche nicht gesehen. Ich habe den Killer nicht gesehen. Ich hatte das einfach mal. Ja! GG an Aquarius. Uff. Schalalala! Nein! Ja! Da ist der Sieg! Meine Lieben, das war eine Runde Among Us. Ich hoffe euch hat es Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Natürlich nach oben am besten. Ich freue mich über Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt noch tun. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!